War jetzt jeder Fox. Der ist noch nicht da, aber der hat schon mal das Gefühl. Mit der vollbegeisterten Marie, die sehr begeisterte Antoinette. Weißt du, worauf du dich gerade einlässt? Weißt du, was dich jetzt erwartet? Du? Nein. Also man hatten hier die Tickets, die waren einfach mal in meinem Briefkasten. Ich musste mit. Geschenke kriegen. Ja. Wollte ja heute eigentlich auch schärfen, aber wir sind nicht mal hier. Hier in der Buhlheide. Nein, Buhlbühne, ne? Waldstadion? Waldheide. Buhlstadion? Wo sind wir? Ich weiß nicht. Also da ist die Bühne. Ich glaube, es gibt heute Musik. Nagelstuhl ist ein Hebe. Ich weiß nicht. Ich bin doch wieder die Nasen höher in den Film. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR